Was? Ich hab doch darauf eins abgefeuert, ey, wollen die mich verarschen? Okay, hier scherb ich doch ziemlich oft. Ich dachte, hier wären eher weniger Gegner. Aber trotzdem ist es dafür ganz gut. Jetzt kann ich endlich durch, ey. So. Natürlich erstmal gleich wieder drei Tanken. So. Ey. Jetzt hab ich schon wieder nur noch ein Herz. Das kann doch nicht sein, oder? Äh? Alter. Ne, jetzt ist das Teil wieder zu? Äh, ist doch jetzt auf. Uh, geht doch. Oh, da brauch ich aber wieder solche Scheiß-Teile, oder? So, nochmal hat's zerstört. Da führ ich auch. Oh, sammeln doch den blauen ein, ey. Aua. Ey. Hallo, lass mich doch da erstmal wegkommen. Ey, was macht denn das Flugzeug? Es ist so dämlich. Es ist so dämlich. Ja. Zwei noch. So'n Dreck ist das hier. Ey. Ey. Das überregt mich gerade ein bisschen auf. Ey, ich kann doch noch nicht mal weg. Hallo, lass mich doch mal in Ruhe, du Scheiß-Teil. Ey, das ist so'n Scherz. Zerstören. Boah, jetzt ist es ja nicht zerstört. Was? Da ist ja noch eins. Was macht der jetzt dann? Oh, ey, dieses Schiff ist... Dieses Raumschiff ist so schlecht. Hä? Wieso dreht es im... Das macht immer das gleiche. Ja, das regt mich gerade so was von auf, wie das Wasser ist. Ey, ich glaub's nicht. Ja, schön, dann ist er bald leer. Ist mir doch egal. Hallo, mach doch mal was. Nein! Wurde doch aufgeschossen, verdammt. Jetzt muss ich nochmal extra eins holen. Diese Schiffe kommen aus dem Nichts, oder? Kann das eventuell sein? Oh, oh, man. Ich hatte mal 14.000 zwischendurch, mal 15.000. Jetzt? Na ja, 7.000, ne? So, ich bin wieder da. Bam! So, der Torstein explodiert gleich. Oh mein Gott, nooooon! Jetzt heißt das jetzt den ganzen Weg wieder zurückfliegen. Aber in einem schnelleren Tempo als vorher irgendwie. Okay. Hey, was war das denn? Ah, super Nova! Ah, verdammt! Okay. Gleich haben wir es geschafft. Oh, immer noch nicht da. Oh, immer noch nicht da. Der mit. Cool, 6 bin ich jetzt ein. Das tut mir nicht schlecht. Wir sind hier einfach verteilt. Und damit haben wir es jetzt geschafft. Episode 6 ist auch beendet. Wir haben es geschafft, den Totstern zur Explosion zu zwingen. Endo ist befreit. Alle sind glücklich. Okay. So, damit ist das Let's Play jetzt... Story will ich nicht. Damit ist das Let's Play jetzt beendet. Und wir gucken natürlich noch mal... Wir beenden jetzt natürlich noch mal die Story. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen sie gehen noch mal so. Auch nicht da. Okay. Und dann hast du sicher am Grundoine der Trick. Und dann kannst du in dem casualties propose bien auf eszen geht. Eli, anderes. Danke. IOREEN die Frage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020